Hallo und herzlich willkommen zu einer Infofolge zu Crossroads In. Es war lange ruhig, ich hatte euch eigentlich noch versprochen, dass wir uns noch schön um den freien Modus kümmern, um den Szenario-Modus und so weiter und so fort. Ich habe jetzt aber auch selber lange gewartet auf ein Update, wo ich denke, hey, das lohnt sich vielleicht auch noch. Letztens kam noch ein 3 GB großes Update ohne Update-Informationen, keine Ahnung was das war. Ich nehme aber mal stark an, dass das ein Vor-Update war zu dem Inhalt, der in diesem Video mal kurz angeschnitten wird, denn ich kann jetzt nur spekulieren natürlich. Und zwar ist das nächste DLC angekündigt worden. Wo ist es hin? Hier ist es, es nennt sich The Pit. The Pit ist ein Update, was dafür sorgt, dass wir ein Kellergeschoss haben oder sogar mehrere, wenn ich das richtig verstanden habe, wo wir illegalen Tätigkeiten nachgehen können. Und da finde ich, das ist es sogar wert, dass wir das entweder in einen Livestream reinpacken oder aber, dass wir das in eine neue Staffel reinpacken, je nachdem. Bei einem Livestream muss ich sagen, das wäre bloß eine einmalige Sache, vielleicht noch einen zweiten Livestream. Nur, dass ihr Bescheid wisst, keine Sorge, ich werde natürlich vorher eine Ankündigung machen, wann dieser Livestream sein wird, wenn es ein Livestream wird. Ich bin aber auch sehr, sehr scharf im Überlegen, ob wir uns doch nochmal, uns das geben, nochmal eine vollständige Staffel hier reinzuballern. Ich weiß es noch nicht, ich muss mal einfach gucken, ich werde mal ein bisschen Testspielen, ich werde auch gucken, ob sich das wirklich auszahlt, ob sich das wirklich lohnt. Denn ich weiß bisher noch nichts über den Preis von diesem DLC oder ob es sogar einer der kostenlosen DLCs sein wird. Ich zeige euch mal eben noch, was denn bereits bekannt ist, was bereits gezeigt wird. Hier sehen wir so einen Untergrund direkt unter der Taverne. Da sehe ich jetzt nichts Verwerfliches aus, wenn ich das richtig erkenne, vielleicht so eine Art Tierkampf und hier noch Käfige, vielleicht Sklavenhandel, ich weiß es nicht. Was aber gut ist, hier wird auch nochmal extra bewirtet, das heißt, wir haben einen zusätzlichen zu bewirtenden Raum sozusagen. Hier sehen wir auch einen Boxkampf, da bin ich auch gespannt, ob wir selber auch Wetten vielleicht abschließen können oder ob wir sogar die Wettgelder einstreichen können, wenn wir selber als Tavernenbesitzer einen Kämpfer stellen und die Bevölkerung, die Gäste vielleicht einen Gegenkämpfer, einen Herausforderer stellen. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin schon sehr gespannt drauf, was man natürlich sieht, das übliche Trubelwubel hier in diesem Spiel, der eine liegt schon am Boden. Die Leute steigen auf die Bänke und auf die Tüche, ich bin schon sehr gespannt, was da noch passieren wird. Außerdem, wie man hier sehen kann, neue Baumöglichkeiten, wie man hier sieht, also hier vorne zum Beispiel, dass man hier so einen Überhang machen kann. Wenn ich das richtig erkenne, sind sogar neue Tiere mit bei, das sieht nämlich nicht mehr Katze aus. Ich kann es jetzt aber auch nicht so gut erkennen. Es sieht aber auch nach deutlich mehr Platz aus. Auch hier hat es so eine Art Brückenbau, man kann jetzt auch von außen die Treppen anbringen. Ein Heuhaufen, ich glaube, der war vorher auch schon da. Hier draußen dann irgendwelche Zwinger. Hier ist die Wachsmacherei, äh Kerzenmacherei und so weiter und so fort. Also es wird einiges Neues hinzukommen, nicht nur dieser Untergrund, auch das Spiel betreffend, weswegen ich mal vermute, dass das halt schon in diesem ominösen Update mit drin war. Was sehen wir hier noch Schönes? Und was Neues? Und was, was wir noch nicht kennen? Ich glaube nicht. Ich sehe jetzt gerade auf Anhieb jetzt nichts Neues. Hier ist nochmal die Arena sozusagen, der Boxring. Ach, okay, ich verstehe. Die sind gar nicht für die Katzen da, die sind für die Angestellten da. Nein, natürlich nicht, die macht den gerade nur sauber. Es sieht aber sehr verdächtig aus. Gute Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich auf euch freue und auf das Update freue. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ob es eine Staffel wird, ob es ein Livestream wird und wenn ja, dann wann. Ich freue mich, wie gesagt, auf euch und bis bald. Ciao.